Borussia Mönchengladbach hat in den letzten Jahren immer wieder auf junge Talente gesetzt. Und einer dieser Spieler, der mit großen Hoffnungen verpflichtet wurde, ist Nathan Negumo. Der pfeilschnelle Franzose, der 2022 für eine stattliche Summe von 8 Millionen Euro aus Toulouse kam, sollte eigentlich das fehlende Puzzleteil für die Flügelposition sein. Doch auch in seiner dritten Saison bleibt Negumo ein Rätsel, eine Wundertüte, deren Potenzial sich einfach nicht dauerhaft entfalten will. Im Spiel gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Samstag bekam Negumo erneut die Chance, sich zu beweisen. Nachdem Alassane Pli nach seinem Ausgleichstreffer früh verletzt ausgewechselt werden musste, überraschte Gerardo Seohane viele, indem er nicht den wieder genesenen Robin Hack brachte, sondern auf Negumo setzte. Der Trainer erklärte nach dem Spiel, mit Nathan können wir die Tiefe besser angreifen. Er und Robin sind zwei Spieler, die im 1 gegen 1 auf dem Flügel für uns sehr wichtig sind. Eine taktisch nachvollziehbare Entscheidung. Denn Negumo bringt eines mit, das in der Bundesliga stets gefragt ist. Geschwindigkeit. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 35,31 km pro Stunde gehört er zu den schnellsten Spielern der Liga. Hinter Namen wie Sirlot Conte, Jeremy Frimpong und Hugo Ekitike. Doch was bringt all das Tempo, wenn es nicht effektiv genutzt wird? Trotz seines beeindruckenden Tempos schafft es Negumo nicht, Konstantleistungen auf den Platz zu bringen, die ihn zum Stammspieler machen würden. Immer wieder wechselt er zwischen starken Aktionen und unnötigen Ballverlusten. Auch gegen Stuttgart sah man erneut dieses wechselbarte Gefühle. Ein gelungener Sprint hier, ein verlorener Ball dort. Es scheint, als würde Negumo in dem Moment, in dem er den Unterschied machen könnte, zurückfallen und in alte Muster verfallen. Für die Fans ist das frustrierend. Sie wissen, was in ihm steckt, haben es schon oft genug Aufblitzen sehen. Doch das ständige Auf- und Ab seiner Leistungen sorgt zunehmend für Unruhe. Die Reaktionen der Fans auf der Tribüne gegen Stuttgart sprachen Bände. Die Geduld mit Negumo scheint langsam zu schwinden. Man fragt sich, wie lange kann Borussia Mönchengladbach noch auf diesen Nathan Negumo hoffen? Immerhin befindet er sich bereits in seiner dritten Saison. Aber ein echter Durchbruch blieb bislang aus. Mit nur sechs Treffern in 55 Einsätzen, die überwiegend als Joker stattfanden, konnte er bisher keinen dauerhaften Platz in der Startelf erkämpfen. Auf der rechten Seite hat Frank Honorat momentan klar die Nase vorn. Negumo ist zwar immer wieder nah dran, den Unterschied zu machen, aber am Ende fehlen oft die entscheidenden Momente. Es stellt sich die Frage, ob er es jemals schaffen wird, sein Potenzial auszuschöpfen. Oder bleibt er für immer das, was er jetzt ist? Eine Wundertüte, die an guten Tagen aufblüht, aber an schlechten ebenso schnell verpufft? Und was denkt ihr? Negumo hat alle Anlagen, um ein wichtiger Spieler für Borussia zu werden. Doch wird er es schaffen, sein Talent endlich konstant zu zeigen? Oder wird er weiterhin eine unberechenbare Wundertüte bleiben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Die Kommentare.